Während man vor ein paar hundert Jahren Neuigkeiten nur erfuhr, wenn sie jemand über einen mittelalterlichen Marktplatz brüllte, können im Jahr 2023 Nachrichten auf verschiedensten Wegen zu uns gelangen. Besonders seit dem Siegeszug des Internets hat sich unsere Nachrichtennutzung stark verändert. Das Leibniz-Institut für Medienforschung verfolgt diese Veränderungen und beobachtet laufend, wie genau die Bevölkerung in Deutschland an ihre Nachrichten kommt. Dazu hat es im Januar 2023 in einer Online-Umfrage rund 2000 Leute befragt, wie sie Nachrichten konsumieren. Die allermeisten Menschen nutzen das Internet, um sich zu informieren. 63 Prozent aller Erwachsenen in Deutschland konsumieren mindestens einmal pro Woche Online-Nachrichten. In der jüngsten Altersgruppe, der 18- bis 24-Jährigen, liegt dieser Anteil sogar bei 71 Prozent. Immer noch mehr als die Hälfte, nämlich 59 Prozent, sehen sich regelmäßig Nachrichtensendungen im klassischen linearen Fernsehen an. Bei den Jüngeren sind es dagegen nicht einmal ein Drittel, nämlich nur 29 Prozent. 34 Prozent verfolgen Nachrichten im Radio. Das Schlusslicht bilden gedruckte Zeitungen und Zeitschriften. Nur 21 Prozent lesen Nachrichten in Print. Immer wichtiger werden soziale Medien und Messenger-Dienste wie Instagram, Facebook, YouTube oder WhatsApp. 29 Prozent aller Befragten haben angegeben, im Jahr 2023 wöchentlich dort mit Nachrichteninhalten in Kontakt zu kommen. Bei den Jüngeren sind es 44 Prozent. Unsere Studie zeigt aber, dass soziale Medien nur für einen Bruchteil der Menschen in Deutschland die einzige Quelle für aktuelle Nachrichten darstellen. Warum manche Menschen dieses, andere lieber jenes Medium nutzen, hat unterschiedliche Gründe. Eine Rolle spielen unter anderem das Alter, der Bildungshintergrund oder das Interesse an politischen Themen. Das Leibniz-Institut für Medienforschung wollte außerdem herausfinden, wie das Vertrauen in die Nachrichten mit der Auswahl der Informationswege zusammenhängt. Diese Frage beantworten wir in Teil 2 und 3 dieser Videoserie. Ja. Ja.